Hallihallo und willkommen zurück bei 7 days to die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. So, ich versuche oder ich suche gerade verzweifelt im Inventar, wie ich die Gartenerde herstelle. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da muss man die Erde umwandeln, ne? Ja, ja, ja. Nur ich weiß nicht mehr, wie das auf Englisch geheißen hat. Ah, du hast mal Steinschoffler gemacht, okay? Ja. Sehr cool. Ja, die eine da halt nicht mehr so lange. So, schauen wir mal. Ah, äh, Forest Ground? Na, warte. Ah, grassy ground, plant ground, das war's. Yippie, plant ground, hab schon. Okay. Pflanzenuntergrund, direkt übersetzt. Okay. Gut, das dauert jetzt. Ah ja, Waldboden, verbrannter Waldboden, Ebenenboden. Ebenenboden. Das ist sehr interessant. Forged Irons. So, der Forged Iron nehme ich mir raus. Ich will mir nämlich eine Gardenerhoe, eine Gartenschaufel bauen. Da ist sie. Holz brauche ich. Ich mache mich mal auf dem Weg. Ah, ich brauche mehr Forged Iron. Auf den Weg. Gut, das kann ich aber es nichtens auch machen. Der Gans ist der Krabbelschutz noch nicht fertig. Und ist Holz wieder mal ausgegangen. Was willst du als erstes machen? Deiner oder Feuer einmal? Ich glaube, wir machen zuerst den Deiner und dann den Rest des Tages fahren. Gut, ich werde das fortsteuern, werde ich das dann in der Nacht machen. Das bringt mir eh jetzt nichts. Und ich komme schon. Wir machen Deiner. Ich lege nur die Erde retour. Falsche Richtung. Da, 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 da. Gut. Hm? Da drinnen ist ein Zombie. Ich komme schon. Das war es auch schon. Jetzt ein Zombie. Hoppala. Hoppala. Autsch. Ich bin gesprungen. Ich bin ein Däum. Ein Däum? Ja. Jetzt weiß ich, warum ich eine Bösel am Brauch. Das machen wir mit dem Messer. Das Leichen zerlegen. Ja. Das Leichenflettern. Ah, da geht es rauf auch noch. Wo? Oh, da ist noch einer. Wo bist du jetzt eigentlich? Ah, da. Da in der Ruine nehmen. Du bist schon in der Ruine. Huh? Huh? Ah, die hat mich erwischt. Das gibt es ja nicht. Warum? Okay. Ich bin noch draußen. Ja. Ich mache gerade die Ruine da drüben. Ist was Interessantes drin? Nein. Na klar. Oh, Federn. Ah, da kann man auch rauf. Okay. Noch mehr Federn. Schön. Oh, das ist aber cool. Da ist ein Bücherregal. Ja. Dann eintüten und mitnehmen. Hier. Na, ich schaue mal vorhin. Also zuerst einmal in den Leichen. Beziehungsweise Zombies. Ist aber ruhig. Okay. Schauen wir gleich mal. Oh, jawoll. Das Jagdgewehr. Ja, dann bitte darum. Lass uns jagen gehen. So. So. Das ist deiner. Was ist da draußen, was tut? Hm? Hm? Da ist eine versperrte Tür, aber... Ich glaube, die spare ich mir. Okay. Okay, Tabletten. So, da geht es noch einmal nach oben. Aber nicht springen, wenn du oben bist. Nein. Ja, also... Ah, ja. Das schaut jetzt schon sehr nach Ruine aus. Da stehen auch noch Sachen herum. Cool. Hm. Nicht runter. Ich habe mittlerweile jede Menge Reifen. Hm. Die Tür ist versperrt. Was? Was? Wo? Bei dir? Nein. Nope. Das muss bei dir sein. Uah, da. Uah! Uah! Scheiße! Uah! Fuck! Jede Menge Zombies. Okay, dann komm nach unten. Ja, ich kann ihn nicht. Oh du Kacke. Wo kommt man nach oben? Oh du Kacke, ich bin ganz oben. Ach du Scheiße. Ach ja, ich hab da auch eine Süße. Uah, ich bin's. Oh fuck, ich weiß nicht mehr, wo ich runterkomme. Da. Ich lauf jetzt einfach mal unten. Uah. Uah, da ist noch einer. Scheiße. Okay. Okay. Naja, unten sind noch Zombies, aber ich... Ich nehm mich mal um den an, ja. Uah. Ich bin hier raus. Uah. Wo bist du? Äh, vorn auf der Straße. Okay. Ich komm zu dir. Da ist ein Zombie. Ja. Okay. Wir sind noch voll viel drin. Ja, dann lock sie raus. Ja. Ich kann ja leicht reden, ne? Aber ich würde schon den rauskriegen. Da ist nur jede Menge Loop drinnen. Okay. Dann spiel deinen Lock vor mir. Ja, müssen wir aber hinten oder da vorne sehen. Irgendwann richtigen Eingang. Äh, soll ich mich am Stein rauf setzen oder irgendwas? So. Na, du kannst mir nachkommen. Ja, du kannst auch da bleiben. Ich versuch's zum runterziehen. Aber das wird nicht so einfach sein, weil dieses Tränen da erstiegen hast. Okay. Da haben sie so innere Probleme mit der Wegfindung. Ah ja. Verstehe. Da weiß ich keiner. Ich bin am Fuße der Treppe. Na, du musst draufkommen. Okay. Bis wir die alle unten haben, ist der Tag vorbei. In welchem Geschoss bist du? Ja, weiß ich. Die sind nicht angeschrieben. Drittes, Viertes. Ah ja, da draußen steht einer. Okay. Da hat alles runtergefallen. Hihihi. Ups, da kommt ein Skaterboy. Äh, ich hau schon ab. War das der da runtergefallen ist? Ich vermute mal. Ah, Warnsee fliegt da. So, ich bin draußen und warte eigentlich, dass irgendwer rauskommt. Rausfällt, runterfällt. Ich bin erschisser, ich geb's zu. Ah, Scheiße. Wieder entkommen. Irgendwo ist ein Skaterboy. So, die ist erledigt. Moment. Moment. So. So. Wobei das deiner wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Ich komm gleich. Ah, da ist nur so viel. So viel Loot. Ah, okay. Da ganz oben ist er, ne? Der läuft da im Kreis. Das ist ein Warnsee. Das ist ein Warnsee. Äh, ein Riesensee. Ein großer. Okay, ich will einen. Ah ja, da ist er. Den sehe ich jetzt da. Da hängt er hinten. Oh. Mhm. Wie ist denn der dort hinkommen? Keine Ahnung. Wo ist er jetzt? Ich schieße gerade auf ihn. Von hier rum. Okay. Im Dreck bin ich nicht. Siehst du mich? Ja. Ah, der ist gerade rum. Vorhin eins. Ich stehe eins über ihn. So. Na gut. So. Kriegst du. Mit der Keule. Alter. Ah. Oh, das ist so scheiße. Ja, das bin ich. Das bin ich unterwegs. Das ist. Der ist da nicht immer. Oh, er kommt. Er kommt nicht. Ja, okay. Ja, er kommt. Hüpfen aus dem Fenster. Ich bin ja raus. Ah, ich sehe dich schon. Ah, da ist er. Jetzt kommt er nicht mehr, oder was? Hallo. Du sollst nicht wieder rauf gehen. Ich gebe bitte. Jetzt bist du wieder auch nach oben, oder wie? Ja, er ist auch wieder. Er hat umgedreht. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, in welchem Geschoss da ist. Lass ihn. Der hat schon rausgekommen. Ja, ich würde gerne den Luke mitnehmen. Und draußen rum. Jetzt geht er. Ach so. Den Tutorgerin wieder. Ah ja, da ist er. So. Na komm mit. Das ist so schnell. Wow! Gerade, dass ich mich umdrehen kann. So, komm. Ja, er kommt. Achso, soll ich wieder? Ah ja, ich sehe ihn. Da komm her. Gott, war das eine schwere Geburt. 27 Leben. Ah, ich bin schon ziemlich voll. Wir können ja da an der grünen Tonne Container austauschen. Mhm. Ich leg einfach mal was rein. Schau mal, was ich so hab. Ich könnte gleich Federn machen. Eine Schneepirne habe ich schon wieder nicht. Ah. Ja. Ich auch nicht. Nimm Painkillers. Ich hab da welche reingelegt. Heilen die? Keine Ahnung. Nein. Von die gibt's genug. Die gehen glaube ich nur auf Ausdauer. So. Die Blubiere ist hell noch ein bisschen. Nicht wirklich viel. Ja, wir haben mal ein bisschen was reingelegt. Leg eins dazu, bitte. Ja. Und dann holen wir es sich einfach. Ein oder zwei. Die roten Fläsch schmeiß ich rein. Scheiß Glasscheiben. Scheiß Glasscheiben. Penkillers. Was hab ich aus? Vier noch. So viele Schuhe. Das Jagdgewehr leer, nicht? Vitamine. Ich glaub die heilen, gell? Das kann sein. Ja, ich werde... Schmeiß ein bisschen was ein. Genau. Vorher mal ein paar Drogen konsumieren. Vorsorglich. Irgendwie werden die schon... Fliegerbrille könnte ich gleich verwenden. Die kann ich... Schützt ein bisschen. Passt. So. Mal alles rein. Ähm. Ja, lassen wir das einfach drin. Fürs Erste. Heilen die Vitamine. Die tun gar nichts. Die Ausdauer ist komplett voll. Das sehe ich halt mit Schmerzmittel. Ja. Die heilen. Schmerzmittel hält. Okay. Junkie. Jupp. So, auf zum Deiner. Jupp. 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 Nix drin. Guck mal. Jupp. Da kann ich uns... Das muss mir mal klar um die Rücksette. Mhm. Äh. Ja, ich komme schon. Die ist sicher verschlossen. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Fenster finden. Glasbausteine. Da schlagt man glaube ich eine Zeit lang. Die ist auch verspürt. Egal, irgendeine Tür oder die Glasbausteine. Die Glasbausteine sind leichter. Vorne oder seitlich? Vorne gleich. Dann brechen wir sie noch auf. Vorne. Anwächeln. Okay. Wie schaut es aus? So, ich bin noch nicht allzu weit. Ich schaue gerade vorne. Da ist keiner, da ist keiner. Pst, hat er gesagt. Ja, da schaut es einmal überall gut aus. Aber jede Tür versperrt gibt es das. Gut, dann stelle ich da ein Frame rein und komme zu dir. Ich komme da am leichtesten rein. Das schaut nach Beton aus. 300. 1200. 200. So. Und die Tür. Dann mache ich da mal dicht. Okay. Dann geht es an die Tür. Soll ich mit meiner Pickaxe? Geht schon. Ich scheinen keine Zombies da zu sein. Sonst. Doch, eins. Noch eine Tür. Super cool. Ja, ein bisschen was geht raus. Schon wieder leere Gläser. Sehr schön. Puh, keine Zombies. Wirklich? Cool. Ja. Ja. Ich finde auch. Kühlschrank leer. Zweiter Kühlschrank auch leer. Ofen leer. Noch ein Ofen. Also seitlich etwas noch einfacher gehabt. Wird er vor... Naja, war auch nur Glas. Oh, eine Range. Ja, damit super. War nur ein Grau, aber... Macht ja nichts. Getränke. Also der Händler wird Zeit. Mittlerweile habe ich einiges. Mhm. Wieder Dünger für... Mhm. ...Kippo. Okay. Die Kühlschränke lasse ich, bis man... Die kann man eigentlich mit der Range zliegen. Mhm. Mach ich. Ja, dann mach das. Jui. Ähm. Ähm. Ja. Dann hau ich wieder ab nach draußen und schau, was draußen noch gibt. Hm? Ja. So, da drüben waren wir ja schon. Ja, wir brauchen ja Holz. Für die Spex. So. Ähm. Gut. Elektrical parts, electronic parts. Cool. Für unsere Zugbrücken, die wir bauen wollen. Ja, da brauchen wir auch noch nicht keine Gläser. Und jetzt wird es dann langsam empty, äh, mit den Bäumen. Ich werde da drüben, ein bisschen in Entfernung jetzt einmal anfangen, welche zu setzen gehen. Das wäre so. Ich hoffe, ich habe es rausgekommen. So, weg. Ja, das passt schon mal. Okay. Kommt das im Ofen aber so. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ah, doch. So. Wie, was? Wenn du da ein altes Waschbecken zerlegst, kriegst du die Elektronik, äh, Elektrical Parts raus. Bei einem Waschbecken. Ja. Da ist ja, du hast da ja einen Verkaufsraum noch nicht. Okay. Sorry. So. Ich bin drüben bei den Kars. Also da ist, äh... Ja, ich nehme da noch alles mit. Da ist noch eine Werkstatt. Ja, ich komme gleich. Und ein Zappel, Philipp. Och, wie ich das liebe. Ach, das war, glaube ich, irgendwas zum Lernen. Ja, hallo. Was ist mit dir los, Hillypilly? Okay. Dann eben nicht. Okay. Nächste Mahlzeitschrift. Okay. Elektronik, Elektrik und Eimer Mechanical. Ups. Ich habe kein Feingefühl. Ich schieße durch den Idioten durch. Ja. Waren wir da drinnen schon? Wo? Hier. Nein, noch nicht, gell? Nein. Komm, 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 komm. Da muss nichts drin. So. Okay, da kriegt man nichts raus. Machen wir jetzt diese Mülltonne. Ah, die Mülltonne. Ähm. Ja, den Autoladen. Tankstelle. Ja, Tankstelle. Okay, das ist schön. Ja, die kann man abbauen, oder? Ja, die kannst du bitte einen Ranger bauen. Jawohl. Ja, Mechanical Parts. Jede Menge. Sehr gut. Da werde ich gleich zur vorigen auch noch hinlaufen. So, meine Eisenpick-Eggs ist X. Macht aber nichts. Ich laufe mal rundherum. Ja. Ich baue da gerade die Zapfsäulen ab. Ja, ja. Ich laufe dann aber retour zur anderen Tankstelle und baue dort alle die Zapfsäulen. Ja, da kriegt man wirklich die meisten die Mülltonne. So, das nehmen wir nur mit und schrauben nicht drauf. Genau. Ich habe gelernt. Sag mal, warum habe ich... Ach so, das braucht ja auch was da. Was denn? Ja, das Abbauen. Ich glaube, das haben sie ja erhöht. Und da bin ich ja immer komplett unten, wenn ich da fertig bin. Was kommt mir da raus? Aha, in den Einkaufswagen. Da kommt ja auch nicht wirklich was raus. Nee.